Hier handelt es sich um meine Lebensgeschichte, dieser Text basiert auf meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen. Namen und einige Details wurden geändert oder ausgelassen, um die Privatsphäre anderer zu schützen. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, die nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind rein, zufällig und unbeabsichtigt. Es besteht keine Absicht, jemanden zu diffamieren oder negativ darzustellen. So mein lieber Herr E., wissen die Menschen eigentlich, dass sie aus einer ehemaligen Diktatur kommen, es ist nicht schön, andere zu diffamieren, und der Öffentlichkeit zum Frass vorzuwerfen, egal ob in kleinem oder großem Kreis, das Internet vergisst nichts, der Bildstil ist extra für sie gewählt, weil er zum Thema passt. Was die Augen zu bedeuten haben, werden sie spätestens bis zum Ende des Videos wissen. Ich komme aus einer kleinen Stadt, namens Magdeburg, in der zu DDR-Zeiten Menschen diskriminiert, gehetzt und zum Teil so weit getrieben wurden, dass sie sich das Leben nahmen. Andere wurden in Ich betone der DDR von der Stasi, sie hießen bei uns Horch und Guck, gesucht und von den eigenen Freunden verpetzt. Ich hoffe sie verstehen diese Kindersprache, heute würde man sagen, verfolgt und gemobbt, aber diese Worte verstehen nicht viele. Was noch sehr seltsam ist, ich hatte einen Herrn W. In der Schule, und ach welch Wunder, genau diese Schüler, machten mir das Leben schwer. Später waren es die Herren und Damen von der Stasi, jetzt meine Fragen an sie, wie würden sie es finden, wenn jemand in ihrem Leben rumwühlt, wie würden sie es finden, wenn jemand über ihre Eltern etwas herausfindet, was sie vielleicht selbst nicht wissen, wie würden sie es finden, wenn ihr Leben durchs Netz gezogen wird, und sie können nicht einmal etwas dafür, wie würden sie es finden, wenn aus ihrem Leben plötzlich ein Spießrutenlauf wird, den sie nicht stoppen können. Ich habe darin Erfahrung. Mit mir wurde das auch gemacht, ich wurde halt von einem Ort, zum nächsten kutschiert und danach mundtot gemacht. Mit den Worten, an ihrer Stelle würde ich den Mund, halten sie wissen wir können auch anders, Endstation Jugendwerkhof, das kann man googeln. Und jetzt zurück zum Eigentlichen, ich werde meine Akte abholen. Bisher habe ich das nicht gemacht, weil ich gar nicht wissen wollte, was darin steht, wie jeder, der eine Vergangenheit hat, die unangenehm ist, vielleicht ist es ja doch noch interessant. Was, wenn jemand etwas über ihre Familie herausfindet, was ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht? Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Oder wie ein Freund immer zu sagen pflegt, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht auf Steine sch-stern-stern-stern-stern-n, vielleicht sitzen sie ja im Glashaus? Wer weiß das schon, ein ehemaliger Magdeburger der, Weite gesucht hat, weil die Menschen dort, nicht bereit sind sich weiterzuentwickeln. Und an alle, die nicht lesen können, meine Follower und Like-Zahl ist hier bitteschön, wurscht. Meine Vergangenheit, nicht eure, und eh ich bin ein schlechtes Opfer. Ich habe das, was sie mit anderen tun, längst durch. Und ich habe die Nase voll, von Menschen, die nichts besseres zu tun haben, als anderen das Leben schwer zu machen. Ich danke allen, die jetzt bis zum Ende zugehört haben.